jo was geht ab liebe leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge von titanfall 2 so es geht weiter das hoffe ich hoffe ich wind drei knoten richtung 274 reichweite 95 meter projektil masse 89 kilogramm vertrauen sie mir guter buch der verdammte pilot will den sender benutzen halten sie ihn auf ich verlasse mich auf sie blick und alle sicherheitskräfte richter hier zum sender los findet diesen knirps sofort lasst nicht nicht hängen verstanden zu den soldaten ab schnell ok hier sind großflächiges areal was hier aber leider mehr oder weniger in der luft befindet so wie komme ich jetzt genau zum sender ich habe sogar noch keine ahnung wie ich jetzt mit dem sender kommen von hier aus von da komme ich aber auch nicht weiter ich bin jetzt hier aber hier nochmal nach oben komme ich irgendwie nach oben ich komme nicht nach oben ok gut damit stirbt die idee auch wieder warte mal kurz das könnte funktionieren ich glaube ich muss irgendwie nach oben kommen ich frage es nur wie ok da muss ich irgendwie hin wie mache ich das denn ich habe aktuell noch keinen schirm ab ehrlich gesagt ich hänge sowas von auf dem schlauch gerade ok ok Ähm, okay. Spontan kein Problem, sollen die ruhig herkommen. Okay, ich bin gleich mehr so weit. Was ist da drüben? Von wo? Wo stirbt das man? Hä? Da müssen wir jetzt keinen Kopf drum. Nein, das hätte doch klappen sollen. Eigentlich, in der Theorie hätte das funktionieren müssen. Okay, zu dem Kran zu kommen ist gar nicht so easy. Was kriegen wir hin? Falsche Waffe genommen. Von wo? Von wo? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Von wo? Von wo wurde ich erwischt? Hinter mir? Hä? Ich bin noch gespannt, was ich noch bekomme. Von wo? 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 Ey, sag mal, wollt ihr mich verarschen? What the fuck ist... Was ist denn jetzt los? Wieso sterbe ich nach drei Schüssen? Hä? Ey, ich peile jetzt gerade gar nichts mehr. Jetzt mal hier rum. Ja, natürlich fliegt er noch... Von was werde ich erwischt? Von wo? Von wo? Von wo? Ich hab' den. Ich hab' den. Ja, ich hab' den. Ich hab' den. Aber erst mal ruhig bleiben. Jetzt mal ganz natürlich ganz zocken. was the fuck is going on he's here he's here Puh, so, ich habe jetzt noch einen Kontrollpunkt, thank god. What the fuck? Irgendwo ist Munition mehr ganz hilfreich. Was ist denn hier? Und down he goes. Problem ist, ich habe immer noch keine Motion. Ich muss überlegen, wie ich das hier gerade anstellen will. Okay, ich bin aber trotzdem da. Oh shit, 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 shit. Das ist mega schwierig, alter. Das ist mega kompliziert, weil ich jetzt wieder keine Munition mehr habe. Das erleichtert mir die Sache nicht gerade ungemein. Oh ja. Ich muss kurz hier ein bisschen in den Freiweg. Oh ja, ich muss kurz aufmachen. Oh, vaец. Oh ja, man. Das ist richtig. Ich muss kurz aufmachen sein. Ich muss kurz aufmachen. Ich muss sich hier gar nicht. Die Tür hat nicht nur da gehen. Okay, ich will den Arschung. Ich glaube, wir müssen Fiber campen. So Leute, gib mir irgendwie mal eine Waffe. Eine diese goddamn Weapon. Ich kann mich grad irgendwie nicht verteidigen, ich weiß auch nicht wo. Runter, 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 gehst mal hier hin. Ich weiß nicht, was Sache ist. Ey, es gibt hier keine Waffe oder was? WTF, von wo? Ey, goddammit, I need a fucking weapon. Ist doch nicht normal. Was ist denn das? Besser als erst mal gar nichts. So, ich bin noch wie weit entfernt? 368. Also ich mach nicht grad viel Progress aber. Ja, ist doch gut so. Irgendwie habt ihr mich wieder gesehen, ne? Shit. Was ist das? 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 Irgendwas bewegt sich gerade. Das war nicht gerade meine Lieblingswaffe, ich kann was. Sooo, ich habe keine Unterstützung. Nein, tut ihm nicht. Oh shit. Halt die Schnauze. So, wir wollen Slate Progress. So, was haben wir denn da? Inwiefern hilft mir das jetzt weiter? Okay, War Run da rüber. Got it. Oh, hier macht sowieso nichts. Kann ich das so nehmen? Hier ist doch irgendwo so ein Flugding oder nicht? Puh, gut, 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 gut. Äh, nicht gut. Weil irgendwie passt das nicht. Oder? Geh mal weg da. Ne, irgendwie passt das doch nicht. Warte mal. Alter, was? Ey, der geht mir so auf den Sack gerade. Hä? Warte mal. Wenn ich das Ding so lasse, was passiert dann? Naja, das bringt mir auch nichts. Kann doch eigentlich nur so sein. Aber in welcher Form? Ja, das muss mit War Run funktionieren. Aber ich krieg so einen Sprung doch nicht hin. Hä? Ja, ich bin 360 Meter weg davon. Nicht. Also das, was ich meine, ist irgendwie... Ich brauch das Ding hier irgendwie. Some way, some hell. Aber ich sehe bis jetzt die Verbindung noch nicht so richtig. Irgendwie sehe ich die Verbindung einfach nicht. Also so krieg ich das Ding auf jeden Fall nicht hin. Wenn ich das Ding so ziehe, was bringt mir das? Warte mal. Warte mal. Hä? Der krieg doch auch keinen War Run hin. Ich häng grad bisschen auf den Schloch da, was Also ich kann den Kran nicht noch weiter drehen als ohne Hilfe Weil so nützt mir das Ding nichts Warte mal Es muss doch einen Lösungsansatz geben Vielleicht weil der Kran jetzt falsch steht, ne das bringt mir überhaupt nichts Alter ich seh die Lösung gerade ehrlich gesagt nicht Weil ich da, Alter Du gehst mir jetzt echt auf den Sack gerade Ich kann ja den anderen Kran nicht bewegen, wenn ich den anderen Kran bewege bin ich ja wieder am Arsch Ich muss irgendwas übersehen haben Weil den Sprung schaffe ich im Leben nicht und ich muss ja von hier aus wieder weg kommen Hm Der Schwung ist zu weit Woher waren von da nach das schaffe ich nicht So liebe Leute ich bin euch in Folgenbecken Fürs Zuschauen bis mich zum Part von Titanfall 2 bis dahin Haut rein und tschüss Das ist nicht auch wahrscheinlich Fürs Zuschauen bis jetzt Ich mach mich nach Und schaffe ich vielleicht Ich mach mich nach